Hallo meine lieben Zuschauer und die lieben Zuschauer vom Ralfinger LP. Wir sind hier mal wieder in Wasteland, nicht in Wasteland, sondern bei dem Mod Wasteland unterwegs. Und ja, wir werden jetzt hier wieder ein bisschen zocken und ein paar Städter einnehmen und gucken, dass wir das irgendwie halten können. Du hast dann ein wunderschönes Auto. Ja, ich weiß. Du bist nur einfersüchtig, ne? Mit so Blümchen hinten drauf und so geschwungenen, was auch immer. Auf jeden Fall schönen guten Tag meine lieben Zuschauer. Ich bin in Wirklichkeit Florist. Ich tourne so als sei ich Soldat. Ja, Terrorist. Sind sie auch Terrorist, fragt dann so einer. Nein, ich bin Florist. Ein Strauß für 10 Euro, ja bitte. Für den Terroristen ein Strauß für 10 Euro. Ich fahr mal ein bisschen Offroad, okay? Ja, fahr du mal ein bisschen Offroad, obwohl ich eigentlich im Offroader sitze. Der Plan ist, wir fahren zum Channel Store in, oh Gott, wie heißt denn die City nochmal? Oh ja, ich hab's gerade verplant. Ich hab's mir, glaube ich, gar nicht markiert. Ich vollhorst. In Alia Marina. Ja. Das ist irgendwie eine Krankheit, aber nein, das ist eine Stadt. Ja, das klingt wirklich wie so eine Megakrankheit. Was hast du denn? Agia Marina, oh Gott, nein, hau ab, Mann. Oh nein, hau ab, ich will nicht sterben. Aber guck mal, Marina ist gut. Ich glaub, meine Karre hat völlig einen weg, irgendwie ist die volle am Arsch. Ja, den fass ich jetzt auch im Arsch. Auf jeden Fall gibt's da, ich darf nirgends nur dagegen fahren, sonst geht das Ding gleich in die Luft, ey. Also sollte ich dich ruhig rammen, ne? Ne, bloß nicht, ey, ich geh schon vollgas. Und, ähm, ich hab so'n, ähm, Taucheranzug an, weil ich mir dachte, heute, wenn ich mit Mentor spiel und nach Agina Marina fahr. Genau, und das klingt so ein bisschen wie, 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 wie Vagina, ich sag nix. Und er möchte halt gerne tauchen, und zwar in der, äh, Magina. Ja, Marina, ja, Marina dann halt. Ich darf ja diese Wörter nicht nutzen, deswegen hab ich gesagt Magina. Aber gut. Schon klar, Vagina. Ey. Sei doch Marina. Ja, stimmt, du hast Marina gesagt. Ich Margarine. Margarine? Marina ist auch ein Name übrigens. Ja, ne, ach, ich kenn sogar eine Marina, deswegen find ich das gerade sehr interessant. Ich kenn auch eine Marina, hab es gefunden, womit ich weiterfahre. Ja, ich glaub, du hast wirklich was. Dann fahr ich bei dir mit. Weil das ist wirklich geil. Ist ja noch was drin in dem Scheißding. Ja, mal gucken wir nicht, dass wir hier erschossen werden gleich. Ja, ich guck mich gerade ja schon in der Umgebung. Ja, Zaphir, ein Arco und Magazine dafür. Okay. Meins. Der M4? Nein, Zaphir. Ach, Zaphir, das ist doch dieses komische MG. Ja. Ach, scheiße, wer jetzt schon gemacht hat. Und der Katiba, das ist ja die von dir, genau. Ja, die Katiba hab ich wieder raus, Zaphir nehm ich wieder. Zaphir ist ganz gut, da kannst du richtig schön mit Spam. Da muss immer jeder damit in Deckung gehen, das ist ganz geil so. Cool. Und das Arco geht sogar drauf, wunderbar. Ich steig mal als Passagier ein. Ich vertraue deinen Fahrkünsten. Ah, gute Idee. So. Ja, ich bin so ein Monster, ey. Oh yeah. So. Ich bin mir sicher, wir werden mir sicher da irgendwo auch Feinde treffen. Nach Magina Zaphira fahren wir da wohin. Gerne. Haben wir kurz das Quad drüber geschaut, ob das was aushält hier. Ah, doch nicht. Schade. Oh, Auto ist kaputt. Nein, ist das jetzt dein Ernst? Ja, Mann. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? So, ich fahre jetzt mit dem Quad weiter, okay. Ah, das ist doch nicht dein Ernst. So, auf geht, Truppe. Weiter geht's hier. Ah, Daumen hoch für diese Trolling-Fail-Aktion. Also, wenn es dafür keinen Daumen nach oben gibt, dann weiß ich nicht wofür. Ja, wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Weil er ist nicht als Passagier. Ja, weil ich fahre jetzt einen fetten... Wow, nein, 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 ich bin gegen das Feuer gefahren. Ich bin da reingebuckt. What the hell? Lebst du noch? Ja, ich leb noch. Aber, ja, toll, jetzt hab ich kein Fahrzeug. Muss mich mitnehmen. Auf dem Quad. Voll, voll das Pau-Grab hier. Nimm mich mit, bitte. Nimm mich mit. Ich wollte eigentlich gar nicht da reinfahren, aber ich bin so leicht da reingebuckt, sag ich mal. Und dadurch, äh, ja. Schieße bitte hier den Rücken, okay. Alter, wir werden immer schlechter, ey. Gerade hatten wir noch einen Ifrit, dann hatten wir noch einen Offloader. Ja, ich weiß. Jetzt haben wir nur noch einen scheiß Quatsch, ey. Wir wurden von der Business-Klasse zur Holzklasse runtergereicht gerade. Ja, ich merk das schon hier. Ah, wir sind so Idioten, ne? Manchmal. Nee, nee, nicht wir. Ja, du. Du zerstörst einfach den Ifrit hierher. Ja, zu Recht. Zu, zu Recht. Du bist sauer auf die Entwickler, ne? Deswegen zerstörst du den Ifrit. Ey, ich bin doch kein Taxiunternehmen. Achso, na gut. Da vorne ist ein blauer Punkt. Der ist aber links. Der ist gar nicht in der Stadt, so wie es aussieht, ne? Ich glaube, du siehst gerade mich als blauen Punkt, weil ich hinkroßtze. Durch den Berg. Ach, links durch den Berg. Ja, stimmt. Da ist ein blauer Punkt. Deinen Punkt sehe ich über mir schweben. Rumpacken. Ja. Was meinst du? Zappelt da so ein bisschen. Ah ja, übrigens, ähm, willst du was erzählen? Es zappelt noch was anderes. Was? Wenn die Leute es vielleicht nicht mitbekommen haben. Achso. Gut, dass du das ansprichst. Ich wäre wahrscheinlich nie drauf gekommen beim Aufnehmen hier. Für alle, die es interessiert, ich habe einen Minecraft-Server. Also für alle Zuschauer, die jetzt nicht unbedingt nur Wasteland oder Arma 3 schauen. Ich habe einen Minecraft-Server, einen neuen. Wie bitte? Auch die Leute bei mir. Achso. Ja, genau. Auch die Leute bei Ralf, die vielleicht Minecraft zocken und jetzt auch jedes Video gucken. Alter, wie geil, wir haben einen Geo gefunden und so. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich habe einen Minecraft-Server, der heißt, äh, friends, äh, also, ähm, mc.friendscraft.de. Ist, denke ich mal, ganz einfach zu merken. Friendscraft. Das kann sich jedes Baby merken eigentlich. Ähm, und... Ist der heile? Ja. Gut. Ähm, und schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wir machen da richtig viele coole Sachen. Ich bin da sehr oft auch online. Ich nehme da auch mal auf. Und ich werde vielleicht auch mal irgendwann mit dem Ralf mal aufnehmen. Das wird wahrscheinlich... Ja, ich bin da bestimmt... Also, ich hüpfe da bestimmt auch wieder rum. Achso, genau. Wenn ich wieder mal auf Minecraft Bock habe. Aber ich mache jetzt hier nicht Let's Plays oder nehme es auf. Genau. Wenn, dann ist er bei mir mit dabei oder so. Genau so ist es. Also, bei sich wird wahrscheinlich keine Minecraft mehr kommen. Ja, alle, die halt bei mir irgendwie Bock haben auf Minecraft, die sollen halt sich auf den Server einfinden, da ein bisschen Spaß haben. Genau. Dann sehen wir uns vielleicht. Richtig. Das ist, denke ich mal, eine gute Sache. So. Schauen wir doch mal jetzt hier, ähm, inwieweit wir hier die Stadt nicht einnehmen können, ohne... Link in der Videobeschreibung. Ich packe ihn auf jeden Fall noch mit rein. Genau. Ich weiß auch gar nicht, ob ich nicht ganz im Gegengang bin, ich voll host. Nee, ist gut hier. Wenn wir in der Stadt fahren, schieße ich sofort runter. Das war keine... Das war eine gute Idee. Ja, okay, hast du recht. Dann lass uns mal schauen, vielleicht, dass wir... Wir sind ja jetzt schon drin, ne? So in dem Bereich, oder? Ja, doch, sind wir jetzt schon drin. Wir sind mitten in der Stadt, alle. Dann lass uns mal irgendwie ein Haus finden, was wir vielleicht... Wo wir vielleicht reingehen, erstmal oder so. Oder von Haus zu Haus irgendwie gehen. Um zu gucken, ob wir vielleicht doch noch irgendwo Feinde oder Sonstiges sind. Territorial Capture started. Ja, ich würde jetzt sagen, hier rechts das Haus sieht gut aus. Das Weiße. Die ist gerade aus, die ist höhere, ne? Oh, ich höre auch Schüsse, hörst du das? Also ich glaube, wenn ihr mit Sicherheit auf Feindkontakt stoßen. Ja, definitiv. Ich bin ausgestiegen jetzt. Ah, sehr gut. Gehen wir mal ins Haus ran hier. Es leckt bei mir gerade ein bisschen. Warte mal kurz. Mal ganz kurz. Heli? Hörst du einen Heli? Ich höre einen Heli, ja. Ich auch. So, Leute, ihr habt gerade mal ganz schwarzen Bildschirm, tut mir sehr leid dafür. Kann das vielleicht sein, dass der Server irgendwie... Oh, das liegt, glaube ich, einfach an meiner Leitung mal wieder hier. Ich bin mir wieder völlig abspackt. Ich habe volle Probleme mit meiner Leitung in letzter Zeit. Die ist völlig am... Ich gehe mal ins Haus, ähm... Eskalieren. Nördlich. Ja. Rüber. Okay. Hier war offen. Ich schaue mal in den ersten Stock. Er ist sicher. Okay. Bleib bei mir. Ich schaue mal ins Fenster raus hier. Sicher Schüsse? Oben auf dem Berg, ich sehe gerade aus. Ja, ich höre die schon auch. So ist es nicht. Naja. Das ist ein Auto. Oben auf dem Berg auf jeden Fall. Bin mir absolut sicher. Ja, der gehört so uns auf jeden Fall. Ja, das ist ein Ilfrid. Auch da oben auf dem Berg. Ne, in Strider ist das. In Strider ist das. Ich sehe ihn direkt vor mir. Ist alles okay. Ich sehe ihn. Okay, gut. Wunderbar. Links von uns, höre ich ein Fahrzeug? Ja, ich höre das auch, Stefan. Ich sage es nur, falls du es überhörst, man. Das machen wir auch sonst so. Ich höre auch sehr gut. Ich höre auch sehr gut. Ja, dennoch sage ich es. Wo ist es? Ne, brauchst du nicht. Okay. Wo ist denn... War da nicht gerade jemand? Ne, ich habe nur Geister gesehen. Alles gut. Ich sehe Geister. Oh nein. Gruselig. Bist du gerade still auf dem Balkon? Ach ne, du guckst aus dem Fenster. Oh, hier liegt eine Waffe auf dem Boden. Das hast du schon gesehen. Ja, Stefan, natürlich habe ich das gesehen. Ich bin doch nicht blind. Ich bin weder taub noch blind, Mann. Ja, wirklich. Von vorne da hast du ein Ilfrid. Ja, ich sehe das Auto. Links kommt ein Auto. Ja, ich bin es einfach nur gerade aufgewählt. Hätte es einfach sein können, dass du das übersehen hast. Das ist doch nicht böse gemeint. Ich sage einfach nur so. Ja, ich komme mir vor wie ein kleines Kind, der manchmal. Wenn du willst, dann sag ich mal, ach ja, wirklich. Okay, wo ist denn jetzt? Bitteschön. Denke mal, ich habe dir um einiges deine Lebensqualität gerade verbessert, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich fahre jetzt mal ein Stück weiter mit dem Auto. Also irgendwie scheint mir nicht zu sein. Okay, ich bleibe jetzt einfach mal zu Fuß hier in der Umgebung. Okay, ich sehe deinen Punkt noch. Bin auf jeden Fall dabei. Also jetzt, wenn du Schüsse hörst, kannst du mir auf jeden Fall sagen, woher. Ja, jetzt bist du nicht da. Jetzt bist du nicht da, ist schon klar. Ich bin doch direkt hinter dir. Achso. Also neben dir. Du hörst es ja vielleicht aus dem Auto nicht. Ja, genau, deswegen ist es zu laut hier drin. Das ist das Problem. Weil dann bist du jetzt zu Fuß einfach besser, nur im Auto. Jo. Und auf jeden Fall schmeiß ich mir das Akku-Visier drauf. Ich fahre mal über die Brücke drüber. Ja, wenn ich da jetzt glaube ich rübergebe, bin ich aus diesem Gebiet raus, was ich gerade einnehme. Deswegen muss ich jetzt auf der Seite hierbleiben. Meinst du wirklich? Ja. Meine ich. Du siehst es auf der Karte. Glaube ich, ne? Guck mal auf die Karte. Da siehst du, dass das zwei Gebiete sind. Ich glaube kein GPS, verdammt. Warum habe ich kein GPS? Ich glaube ich habe gerade ein Fahrzeug kommen hören. Ja, ich höre es auch. Das klang wie ein Panzer. Mhm. Ich gucke gerade auf der Straße. Hier ist aber nichts. Hä? Bauch gehört gerade. Ne, nicht wirklich ein Panzer, aber... Na, hier sind die Fenster verbarrikadiert. Ne, haben wir wahrscheinlich extra gemacht, damit wir nicht da rüberschießen. Auf die andere Flussseite. Was wahrscheinlich zu OP ist. Oh, da steht hier einfach so ein Ding auf der Straße. Was zur Hölle? Okay, am Berg wird geschossen. Okay, am Berg wird geschossen. Genau da oben. Ja, ja, ja. Ziemlich aus Osten kam die vom Berg. Okay. Ich glaube... Hier steht aber Start 2 Nummer 1, wurde von Merka getötet. Das war der bestimmt da oben. Ich habe verstanden, Start 2 Nummer 1 wurde von Merkel getötet. Ich wollte schon sagen... Ja, wäre auch nicht schlecht gewesen. Das wäre auch geil. Oh, von da kommen ja auch Schüsse. Es kommen ja von mehreren Seiten Schüsse hier. Was ist von da? Ähm... Ähm... Wenn du die... Wenn du jetzt... Drück einfach K und sag vorher solche Richtungen. Das meine ich. Ach so, äh... Aus... Richtung West... Von Westen. Westen. Okay, super. Ne. Ja doch, wo ich gerade hin... Wohin gucke ich denn gerade? Das ist ja Westen woanders. Ne, doch ist richtig. Vergiss es, ich bin einfach da verwirrt. Machen wir ein Kompass-Tutorial, wenn man Kompass liest. Ja, ja, ja. Alles gut. Also das Ding, wo du... Bei Westen da qualm... Im Westen qualm es auch, wenn du es richtig... Wenn du es gerade siehst. Deswegen gehe ich da jetzt mal gerade hin. In die Richtung zumindest. Muss aber immer noch in diesem Gebiet bleiben, was ich hier einnehme. Sonst, äh... Möchte ich halt ungern aufgeben. So, ich bin auch noch mittendrin, ey. Bin auch auf deiner Seite. Ah, ne, du bist auf deiner Seite. Jetzt bin ich... Ja, 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 bin dabei. Mach den Weg. Ah, aber ich glaube, das kommt da hinten von diesem Flughafen oder so. Deswegen, äh... Hat das, glaube ich, nicht viel mit uns zu tun. Witzig, dass ich gerade die Leute da unten selbst beschissen habe. Okay, du hast eingenommen. Kannst du rüberkommen? Ah, ich komme rüber, ja, klar. Ja, bin unterwegs. War auch ganz gut, weil jetzt nimmst du das gleichzeitig auch noch ein. Ich gehe aber nicht über die Brücke, weil das ist mir zu schlechte Deckung. Ich bin aber mit dem Auto rübergefahren gerade. Warte mal kurz, da oben ist doch was los. Warte mal, sind das nur zwei die da sind? Ich gucke mal gerade. Ja, ja. Was heißt da oben? Ne, da ist noch ein Feind. Da ist noch ein Feind. Da rennt noch einer rum, oben. Hoch, hoch. Oder ist das einer? Hoch, hoch, vom Berg? Ne, passt schon. Das war einer von uns. Das kann man von der Entfernung nicht sehen, weil die blauen Punkte so eng aneinander sind, dass ich jetzt nicht sehen konnte, ob das jetzt ein blauer Typ war oder jemand anders. Deswegen war das gerade nur leicht verwirrend. So, bin da. Okay. Drei Minuten noch, dann gehört der Kram ja auch uns. Auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall weitestgehend gesichert. Ich glaube, wenn wir zum roten Team gegangen, hätten wir wahrscheinlich hier nur Krieg gehabt die ganze Zeit. Ja, aber das ist glaube ich gar nicht verkehrt. Wow. Das war ein Snipergewehr, hast du das gehört? Ne, das ist ein Boot, oder? Boot? Das ist ein Sniper, weiß ich nicht. Klingt mehr doch nach Sniper. Echt? So laut, so ein Riesending? Ja. Ich wüsste nicht von wo. Oder ist das ein Boot? Das kann natürlich auch sein. Hier auf jeden Fall mal ein Gebäude rein. Auf jeden Fall. Okay. Ich meine, auf der rechten Seite wird bestimmt nichts kommen. Ich schau mal ganz kurz da geradeaus mit meinem Fernrohr. Also ich schau mal auf unser Fahrzeug runter. Ich geh ins Gebäude und schau einfach auf unser Offroader hier. Äh, weiß schon. Da ist ein Fahrzeug, aber das gehört glaube ich. Ich hab da gerade erst gespawnt oder so. Ich hör was. Das ist auch? Ah, ein Fahrzeug, oder? Ja. Ist aber ein feindliches, oder? Weiß ich nicht. Noch kein Sichtkontakt. Ja, feindliches Fahrzeug. Blauer, blauer, blauer Offroader. Blauer Offroader ist an mir vorbeigefahren. Ähm, Richtung Brücke. Ich erfeuer, ich f- Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal, wissen wir schon mal, dass Feindkontakt ist. In die 35 Sekunden können wir denk ich mal noch warten hier. Auf jeden Fall wissen wir schon mal, dass Feindkontakt ist. Ja. Ja, richtig. Geil. Super. Lass mich doch. Ja, auf jeden Fall, Mann. Schön, schön, dass du es auch gemerkt hast. Ne, ich find's witzig, ich find's echt auch witzig. Ich find's gut. Ja, ist doch gut. Guter Spruch. Ich hätte gerne gekillt den Arsch, ey. Ja, ich auch. Voll die Munition auf ihn rausgerotzt durchs Fenster. Ja gut, du hast sowieso 500 Millionen Schuss. Warte, du, Gegnerchen, Gegner, ähm, und zwar, warte, 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 äh, Kompass raus, äh, südlich. Bei 190 Grad. Aus meinem Fenster raus, wo ich rausgeschossen hab. Äh, okay. Wo genau ist der? Der steigt. 190 Grad südlich, sag ich doch. Jetzt hinter der Mauer da drüben auf der anderen Seite. Ah, okay. Hinter unserem Auto. Recht hinter der Mauer links. Also bei 190 Grad. Schau auf den Kompass, wo die 190 steht. Oh Gott. Weißer. Äh, 190 Grad, äh, Kompass. Das sind so Zahlen am Rand. Yo. Weiß Bescheid. Da ist der echt? Das ist fett. Ja, ja, natürlich. Ich steh direkt davor, deswegen wundert mich das gerade. Glaube ich nicht, dass du vorstehenst. Ich steh fast direkt davor. Das ist direkt so hier der Busch vor mir. Ah, da ist auch schon Strider jetzt gerade von uns. Ja, ja, auf der anderen Seite hinter dem Auto, siehst du nicht. Auf der anderen Seite von der Straße, Mann. Jetzt geht er zum Wasser hier. Mann, Alter, seid ihr alle blind? Wieso, ich seh den gerade nicht. Du bist auch auf dem Dach. Ja, da, ja, da unten im Wasser ist er an der Brücke. Direkt an der Brücke unter uns, Mann. Wo uns er auch nicht spielen. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt musst du ja, siehst du ihn echt nicht? Nee. Alter, Leute. Können wir irgendjemanden labern? Ja, die fallen's ja gar mit dem Strider runter. Genau da, wo er ist, Mensch. Das kann doch mal nicht wahr sein. Oh, jetzt kann ich natürlich hier nicht weg. Aber doch, hier geht's lang. Ah, da war das. Da ist er, Mann. Ja, ja, okay. Genau hier unten war er, hier. Hast du ihn getötet? Ja, ne? Ja, hier. Nee, nee, ist okay. Ich war, ich war... Pass auf, ich war hier hinten in der Ecke und da hab ich nur diesen Busch hier gesehen. Ich konnte das nur aus diesem Winkel sehen. Das ist ja das Problem. Jetzt setz ich mal ganz kurz nur hier hin und drück mal K. Ja. Also nicht, ähm... Und jetzt siehst du diese Zahlen am Rand. Ja, ja, ich seh die. Jetzt müssen jetzt, wenn du guckst, 200 sein. Siehst du das vielleicht 200 und 100? Dreh dich mal nicht. Guck mal immer nur geradeaus darüber. Also, wenn ich geradeaus gucke, hab ich 220. Super, jetzt wurde ich gekillt. Hä? Hau bloß ab da, sonst bist du auch gleich gekillt. Aber, hä? Ich hab auch gar keinen Schuss gehört. Ja, ich schon. Von Muxo wurde ich getötet. Steht unten links. Das war aber dann Hacker. Weil ich hab nichts gesehen, nichts gehört. Das ist kein Hacker, nein. Ich hab einen Schuss gehört. Ich liebe mich nicht, deswegen wundert mich das gerade. Oh, bei mir steht ein bisschen gescheitert. Oh, vielleicht war es auch einfach ein Disconnect oder so. Kann das sein? Ne, ne, ich wurde getötet. Das steht doch da, Mensch. Okay. Kann doch lesen. Das erste Mal, dass ich jemanden sterben sehe, ohne dass ich jetzt selber auch einen Schuss höre. Weißt du, was ich meine, ne? Weil ich hab nämlich in irgendeinem Grund keinen gehört. Ja, das ist echt strange. Vorhin sagst du, Ralf, hast du das gehört? Das gehört? Und jetzt hörst du den Schuss nicht von dem Typen, der mich geht. Das ist mir gerade echt lustig. Ja, aber wie gesagt, das mit dem Kompass ist wirklich die beste Art zu navigieren. Das musst du unbedingt rauskriegen. Sonst dauert das alles viel zu lange. Ja, ja, den hab ich jetzt schon. Ich hab das auch schon vorher gewusst. Nur, ich hab auch in die Richtung geguckt. Wie gesagt, hab nur den Busch gesehen. Ja, wenn du halt nur vor dich, vor deine Füße schaust, schon klar. Aber ich hab gesagt, auf der anderen Seite von dem Fluss, hinter der Mauer. Ähm, ich schau mal irgendwo, weil da, wo ihr seid, kann ich nicht weg. Ich glaub, wir können jetzt auch fast schon einen Cut machen, oder? Wie sieht das aus? Ähm, 15 Minuten. Ne, ne, mach schon noch ein bisschen hier. Ach so. Geht schon ein bisschen was. Fällt mir schon, wenn's so weit ist. Aber du kannst ja auch noch gucken. Es gibt da so eine Nachricht noch und da kannst du ja hochscrollen. Okay. Da steht auch, Ralf wurde getötet von. Ja, ne, ne, ist das nur verwunderlich, dass ich wirklich gar nichts gehört habe. Dann war es vielleicht auch einfach so ein Bug oder so, dass ich einfach nichts gehört habe. Wow. Ich bin tot, weil ich nicht gezielt habe. Hier war jemand. Auch wirklich, ja? Ja, ich hab überhaupt nicht gezielt. Ich bin einfach aus der Hüfte. Ganz kurz, ganz kurz. Aus der Hüfte hab ich geschossen und dadurch war ich im Nachteil. Okay. So, bin wir da. So kannst du natürlich auch enden. Warum ist das passiert? Wie gesagt, da war einer und der war so schnell, ich hab den gar nicht bemerkt. Da war ich schon fast tot. Okay. Also ich würde auch sagen, sobald wir das eingenommen haben und merken, dass der Befeindete ein Beschuss ist von Gegnern, müssen wir uns da irgendwie vercampen oder so erstmal. Oder es halten, zumindest die Stadt muss man halten, weil da richtig viel los ist, ey. Wo bin ich denn jetzt überhaupt gerade hier? Kannst du hier spawnen, wo ich bin? Bei, oh Gott, wie heißt es denn? Agios Cape, ich kann es nicht lesen. Agios Sennfau, Sennfau. Ich bin da, wo du bist, glaube ich. Ah, cool. Ja, das nehmen wir gerade auch ein. Warte mal, bist du jetzt da vorne? Ah, genau, da bist du. Wunderbar, super, wir sind wieder beieinander. Perfekt, doch, perfekt. Und jetzt sagen wir als nächstes gehen wir in Richtung, ähm, äh, ja, Nord-Ost, so auf dem Berg, da hoch. Ähm, machst du nur ne Gruppe auf, weil irgendwie sind wir bei dir ja irgendwie gerade gekillt worden. Achso, wo hast du eigentlich die Waffe, Alter? Ja, die lag direkt hier, in der Hütte. Cheater, du. Wir haben uns ja gemutet im Game, oder? Hörst du mich, wenn ich rede im Game? Ja, hab ich gerade gehört. Okay, warte, mute ich dich mal schnell. Ich mute dich auch mal ganz schnell. Habe wir das vergessen, ey? Ja, wir haben es vergessen, oh mein Gott. So. Wo bist du denn, Ralfinger LP? Unter dir. Wo bist du denn, Ralfinger LP? Ich habe dich jetzt gemutet. So. Ah, wir nehmen die Kacke hier noch ein, und dann gehen wir hoch auf den Turm, oder? Ja, denke ich auch, irgendwie sowas. Ich hatte es nur hingegen gerade auch gesagt, damit der andere Schmitti das auch mitbekommt, weil es auch ein deutscher. Okay. Wunderbar. Ja, ey. Da wurden wir dann aber weggesnackt von so einem Sack hier, ey. Freut sich bestimmt gerade, lacht sich voll ins Fäustchen. Ja. Ja. Wettor. Gut, das war auch ziemlich fail, muss ich sagen. So, es leckt bei mir einfach nur teilweise. Oh, guck mal. Stell mal hier, was gewonnen hat. Küsse. Ne, wo ist es wo? Kette Küsse. Küsse, was drin? Nein, ein Fernglas, hurra. Na toll. Hey, wir haben ein Fernglas gefunden. Ja, normalerweise ist da mehr drin. Ich will ne Wawa haben, gib mir ne Wawa. Ah, hier ist, hier ist noch was, hier ist noch was, hier ist noch was. Das sieht gut aus, oder? Herzkicks, da bin ich doch gerade. Achso, ich war gerade an einer anderen Kiste, die da noch lacht. Deswegen war ich verwirrt. Die da oben, oder was? Wartest du überhaupt ne Kiste? Da war noch ne Kiste vor dem, von dem, von dem Haus. Okay. Sind wir noch im Gebiet drin, nicht, dass wir jetzt hier rausrennen und das Zeug nicht einnehmen? Ich habe Laser-Batterien, was zum Teufel? Yay. Also, ich war jetzt kurzzeitig nicht mehr im Gebiet, glaube ich, aber mach dir nichts. Wann, ihr drin bleibt, zählt das, glaube ich. Ah, shit. Hallo? Hallo, Herr Kacke, dass mein Spieler sogar im Grunde manchmal mal so rumleckt. Weil ich habe normalerweise... Ja, bitte? Der Herr Schmidt redet mit dir. Habt ihr ne Gruppe? Falls wir sterben, muss ich durchsprechen, glaube ich nicht mehr, wir sind schon mal. Äh, wir werden hier, glaube ich, gerade beschossen. Geschossen, geschossen. Ja, kannst du mich kurz einlassen, falls jemand stirbt, dass wir danach schauen können? Ich glaube, die Schüsse kamen aus dem Norden, vom Berg oben. Mhm, glaube ich auch. Das war bestimmt irgendjemand, der darüber gezielt hat, einfach. Pfff. Wann da ganz korrekt zu sein, der Typ? Ja, ja, Schmitty. Schon mal gespielt, ne. Echt? Kennst du dann schon sehr, sehr viele, ey? Ja, ich war jetzt schon öfters drauf, also ich habe nicht immer aufgenommen, aber ich habe ja oft gespielt, ja. Okay. Ich brauche unbedingt ne Waffe, ey, gleich, irgendwann. Haben wir jetzt gleich ne Gruppe aufnommen? Ne, ne? Warum, warum dauert das immer noch vier Minuten, ey? Ja, weil wir rausgegangen sind aus dem Kreis. Oh. So ist ein Schmitty hier. Okay. Da hinten sind zwei Fahrzeuge auf der gegenüberliegenden Seite. Was heißt gegenüber, überliegend? Äh, können wir das mal kurz mit dem Kompass sagen. Das ist cool. Wir sind uns echt angewöhnt, super. Den ich nicht habe, aus irgendeinem Grund. Ah doch, ah doch, ah doch, ich habe gezielt, deswegen hatte ich den nicht. Ist ja auch geil. Ah, das geht nicht, genau. Südwesten 230. Da stehen zwei Fahrzeuge von Gegner, meinst du, oder? Äh, ne, die können wir doch durchsuchen, da ist eins mehr so mit dem Video oben drauf. Ja, dann hau, hau rein, ich bleib hier im Gebäude. Okay, gut, ich denke mal, dann müsstet ihr es ja einnehmen, ne? Ja, ja, genau. Mach du das, du brauchst jetzt mal rüber. Mit der Hoffnung darauf, dass ich nicht wieder gleich beschossen werde von irgendwo. Pass auf dich auf, mein Freund. Oh ja. Oh, ich höre ein Auto hier oben. Dann hoffe ich, dass ich eine Waffe finde oder, dass ich das MG von dir nutzen kann, dann kann ich direkt da runter ballern. Ja, du gehst zu uns. Oh, ich glaube nicht. Ah, ist ein Heli, cool. Der fliegt aber, ja. Der fliegt aber, hä? Der fliegt aber, hä? Der ist vorbei. Oh, okay, das erklärt alles. Das Fahrzeug ist hier gegen die Wand gefahren. Vielleicht hat es ja trotzdem noch was im Inventar. Oh ja, eine Kadiba, das ist ja geil. Ah, wie freundlich. Dass der einfach mal... ...eine Waffe für mich hier liegen, das ist ja sehr nett. Was ist das denn hier für ein Gerät? What the hell ist das denn, bitte? Sieht sehr interessant aus. Erklär es mir, was ist gefallen. Das sah aus wie eine Kirchturmspitze. Ich dachte, hinter dem Berg wäre ein Kirchturm und ich habe nur die Spitze gesehen. Dabei ist das einfach nur so eine Spitze, die auf dem Berg steht. Okay. Sieht so aus, als sei eine Kirche im Berg drin. Sehr lustig. Wow, ich werde beschossen. Wow, ich werde beschossen. Ja. Was ist gar nicht? Woher? Wow. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich sehe gar nichts. Ich kann auch gar nicht mehr rennen. Aufzuschießen. Aua, ich bin tot. Ich weiß nicht, woher es kam. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo wurde ich beschossen plötzlich. Von Nuevo. Keine Ahnung. Ich hatte gerade was gefunden und bin sofort gestorben. Ja, ja gut. Ich sehe schon, wo du gestorben bist. Was weiß ich, wo der Penner ist hier. Ich sehe nicht. Du bist richtig vor mir gespawnt wieder. Ja, ich such den jetzt hier. Ah ja, bitte dabei. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwo finde. Dann frag ich mal, dass ich den vielleicht mit der... Irgendwovon hier rechts muss das ja gekommen sein oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja zu... Nee, kann da gar nichts sein. Ich habe es nicht gehört, aber... Wofür ist denn das gekommen, ey? Gibt es da überhaupt nicht. Ich renne jetzt noch mal hin. Ist ja egal, wie oft ich jetzt letztendlich sterbe. Dabei, Mann. Ich reche dich. Taskforce ist am Start. Ich gehe jetzt einfach nochmal in die Richtung. Aber ich sehe hier doch gar keinen. Der liegt bestimmt irgendwo am Boden jetzt flach rum hier. Wow, ich werde schon wieder beschossen. Ah, ich werde auch. Ja, ich werde schon wieder beschossen. Irgendwo dahinten auf dem Berg oder so ist der, glaube ich. Ah, von der anderen Seite. Ach, von der anderen Seite. Wo denn genau? Siehst du die Schüsse nicht von da vorne? Von der Straße? Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Alter, es ist doch Leuchtspurmunition. Wie kann man das nicht sehen, Mann? Ich habe es echt nicht gesehen. Du willst es ja in der Aufnahme sehen. Hier aus dem Norden. Nordosten hier. Ich habe darüber geguckt und irgendwie war da nichts. Hast du es wieder nicht überlebt? Nee, nee, ich bin dann sofort gestorben. Der hat ja sofort auf mich geschossen. So. Okay. Ich würde sagen, auch wenn es mit in der Action ist. Wir brauchen einen kurzen Break und dann geht es gleich weiter. Genau, würde ich auch sagen. Denke ich auch. Oh, 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 ich werde schon wieder beschossen. What the hell? Okay, bis zum zweiten Teil. Tschüss.